Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem kleinen JavaScript Special heute mal und zwar, ja, habe ich einen sehr, sehr interessanten Post gefunden und zwar die Frage, ob jemals a gleich gleich 1, ich schreibe das ganz kurz hier hin, ob das hier a gleich gleich 1 und a gleich gleich 2 und a gleich gleich 3, ob das jemals zu true auswerten kann. Das Ganze war eine Jobfrage, das heißt im Vorstellungsgespräch wurde das tatsächlich hier gefragt und ja, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr interessante Fragestellung. Was müsste man für a angeben, dass man hier tatsächlich true rauskommt? Die Antwort ist natürlich, es geht, ja, das funktioniert, aber man muss von a ein bisschen ganz komisches Zeugs machen und das funktioniert in JavaScript wirklich. Ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz an und zwar, das Ganze war eine Stack Overflow Frage, das heißt der Link ist natürlich auch in der Beschreibung drin. Wir können unser a so definieren, dass a gleich erst mal ganz am Anfang 1 ist. So, das wäre die erste Variante und jetzt machen wir jedes Mal, wenn wir unser a wirklich ausgeben wollen, das heißt, wenn wir es abrufen, dann wollen wir, dass unser a sich um 1 erhöht und damit überschreiben wir einfach die Function toString. Das heißt, toString ist dazu da, dass wir sozusagen, ja, jedes Mal, wenn wir a aufrufen, dann wird eben diese Funktion abgefragt. Und wir müssen hier jetzt natürlich einen Wert ausgeben, aber was genau für einen Wert wollen wir denn ausgeben? Wir bauen uns eigentlich nicht ein a, sondern wir bauen uns eine Klasse, die man aber auch als primitive Zahl verwenden kann. Das ist der Trick dabei, oder wir bauen uns sozusagen so einen kleinen Bauplan hier. Und ja, das ist sozusagen wirklich alles, was wir jetzt hier machen müssen. Wir müssen also nur sagen, wir haben jetzt nicht einfach ein primitives a, also nicht einfach nur eine Ganzzahl oder sowas, sondern unser a ist ein komplexerer Datentyp, der hier jetzt i gleich 1 hat, also i auf den Wert 1 setzt und dann aber die Funktion toString überschreibt. Das heißt, jedes Mal, wenn man a aufruft, dann wird hier eben nicht einfach nur, keine Ahnung, irgendwas komisches ausgegeben oder nur 1 ausgegeben, sondern wir geben jedes Mal genau diese Zahl aus und danach erhöhen wir diese Zahl. Und das führt tatsächlich dazu, gut, ich meine, jetzt haben wir tatsächlich nichts ausgegeben, aber jetzt haben wir erstmal unser a definiert und das führt dazu, dass, ja, das wollte ich auch nicht schreiben, das führt jetzt hierzu, dass wir irgendwas ausgeben können, console.log hello world oder sowas. Und ja, wir sehen hier, hello world wird ausgegeben tatsächlich. Das heißt, wenn wir jetzt hier das vergleichen, was passiert dann eigentlich? Naja, als allererstes fragen wir ab, ob a gleich 1 ist. Wir geben im ersten Schritt a.i zurück, das heißt, wir geben hier tatsächlich 1 zurück, dann sagen wir, während wir quasi erhöhen, der Wert ist schon zurückgegeben, aber direkt nach dem Erhöhen sagen wir, i sollt sich bitte um 1 vergrößern und das machen wir auch. Und im nächsten Schritt, also das hätte man natürlich auch leichter machen können, man fängt hier mit 0 an, dann vergrößert man hier oben unser a.i vor dem Return um 1, das wäre natürlich auch gegangen, wäre aber zu einfach. Außerdem wollte ich jetzt einfach mal die Antwort hier komplett übernehmen, damit ihr auch sozusagen eine Quelle habt. Und ja, ich gebe die natürlich hier unten direkt an, in der Beschreibung. Und genau, im zweiten wird dann hier natürlich der Wert von a wieder überprüft. Das heißt, wir haben jetzt im ersten Schritt 2,1 zurückbekommen, haben hier aber gesagt, wir erhöhen es, das heißt, intern ist jetzt i hier auf 2 gestiegen. a ist also jetzt, wenn wir es als nächstes aufrufen, wenn wir hier den nächsten Wert zurückgeben, geben wir hier 2 zurück und erhöhen wieder um 1. Das heißt, man kann es jetzt noch beliebig lange fortsetzen. a gleich 4, a gleich 5, a gleich 6 und so weiter und so fort. Das geht tatsächlich. Und ja, hört sich erstmal total bescheuert an. Und wenn irgendjemand von euch diese furchtbare Funktion, beziehungsweise dieses Ding hier irgendwo reinschreibt, dann werde ich euch garantieren, dass man erstmal richtig lange suchen muss, warum das jetzt TrueRey gibt. Denn das sollte im normalen Kopf erstmal niemals TrueRey geben. Und ja, man kann sich zwar so eine furchtbare Konstruktion ausdenken, aber man sollte es, glaube ich, eher lassen. Also, das ist vielleicht nicht unbedingt der praktischste Nutzen von, naja, von dieser Version, aber man kann es tatsächlich tun. Und ja, ich dachte mir, das muss ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Gut, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.